So, halli hallo, der Andreas hier aus Berlin. Wir haben heute Samstag, der 23.05. genau 19.30 Minuten. Ich will ein kleines Erklärungsvideo sowohl den Interessenten als innerhalb von zwei Tagen acht gewonnenen Partnern zeigen. Nochmal den Ablauf, wie das Ganze funktioniert. Dann wird auch jeder gleich sehen. Das kann man wirklich sehr leicht und sehr einfach weitergeben. Also, jeder bekommt ja, sobald der Partner ist, einen Link. Aber fangen wir doch mal einfach an für unsere Interessenten, damit jetzt einfach jeder sieht, sowohl der Interessent noch mal als auch der Partner, worum geht es hier, was läuft hier insgesamt ab. Ich werde noch ein bisschen was aus dem Backoffice direkt vorlesen. Also, ich gehe mal ganz kurz hier. Das ist nämlich das Backoffice, das man natürlich bekommt, wenn man sich als Founder für einmalig nur 29 Euro registriert hat. Ich habe mir gesagt, man hat schon so viel Geld in den Sand oftmals gesetzt. 29 Euro, die tun wirklich nicht weh. Das war mir einfach das Lernen dieser Preis wert gewesen. Und jetzt sehen Sie schon mal den internen Bereich des Backoffice. Und hier unten, das ist im Prinzip der personalisierte Link durch die Personalisierung hier hinten, YB665. Das ist jetzt meine Personalisierung. Ich, wie gesagt, habe das dann aber über meinen Strato hinter mein GigaOne.de insgesamt hinterlegt. Okay, ich springe mal ein bisschen hin und her. Jeder von euch kann ja in die Stelle setzen, wo er noch mal nachschauen, nachsehen und hören möchte. Also, wenn man hier draufklickt, dann startet natürlich das Video, wo der Roman in 60 Sekunden kurz mitteilt, worum es grob gesagt geht. Um das 6-Minuten-Video zu erhalten, sollte man eben hier seine E-Mail-Adresse dreintragen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. .grx.de, setze hier mein Häkchen, dass ich die Datenschutzerklärungen akzeptiere und schon direkt, ah, bitte gültige E-Mail, ja klar, bin natürlich nicht Punkt, sondern ein Ad-Drain, okay. So, dann seht ihr, dass schon vollautomatisch sofort das zweite Video kommt. Man hat in diesem Moment auch eine E-Mail erhalten, die ich euch gleich mal zeigen werde. Und zwar hier unten, Registration bei NHC. Nur damit ihr kurz mal seht, wie das ausschaut. Herzlich willkommen bei NHC Living. Schon jetzt hat man sozusagen auch Zugriffs-Office, Backoffice mit seiner E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort. Ich gehe wieder zurück auf meine GIGA-One-Seite, klickt man hier drauf, kann man sich das 6-Minuten-Video insgesamt ansehen, ja. Und hier unten, dort ist dann die Möglichkeit natürlich, nochmal kurz durchzulesen, hier erklärt, für 29 Euro NHC-Partner werden. Dann zusätzlich erhalten wir auch ein Founder-Zertifikat, habe ich alles bekommen. Und hier unten könnte man jetzt draufklicken, auf Partnerschaft beantragen. Und was ich ganz irre finde, schauen Sie mal, PayPal, Kreditkarte, Master, Visa, Sofortbanking oder auch auf Rechnung. All das ist möglich. Einfach das Ganze hier ausfüllen. Das mache ich jetzt nicht mehr. So, ganz kurz gezeigt nochmal auf den E-Mails. Wie gesagt, ich habe mich dann direkt als Partner angemeldet und bekam dann die zweite Nachricht, Ihr Antrag auf die Partnerschaft. Ich möchte es einfach nur kurz zeigen, damit Sie das sehen, mit fast für fantastischen E-Mail-Programmen hier das Unternehmen arbeitet. Vielen Dank, bla 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 und so weiter und so fort. Jetzt zeige ich Ihnen, was als dritte E-Mail angekommen ist. So, Ihr Antrag, das hatten wir gerade gehabt. I'm sorry. Ihr seht, es sind schon eine Menge E-Mails gekommen. Man kriegt jedes Mal eine Nachricht. So, Ihr Konto wurde aktiviert, also meine Zahlung. Ich habe sofort Überweisung gemacht. Dann heißt das Unternehmen, herzlich willkommen. PDF liegt mit dabei. Und hier könnte ich mich dann einloggen, um dort reinzukommen. So, jetzt ganz kurz noch gezeigt. Ihre Rechnung wird dann zugesendet. Und dann geht es schon los, ja. Dann kriegt man immer so eine E-Mail, sage ich mal ganz grob. Hallo Andreas, herzlichen Glückwunsch. Eben gerade hat sich der erste Interessent registriert und es sind null Partner. Jetzt mache ich mal einen Riesensprung nach vorne einfach mal. So wie hier, das war ja gerade mein Beispiel gewesen. Es hat sich gerade jemand als Interessent registriert. Und hier schreibt auch immer an, jetzt sind sich 24 Interessenten und 8 davon haben Sie auch schon als Partner registriert. Und das ist dann so eine E-Mail, wie Sie auch dann dementsprechend eine E-Mail für einen Partner bekommen mit einem wiederum anderen Bild. Ich möchte bloß ganz kurz, dass ich die Namen nicht zeige wegen ein bisschen Datenschutz. Ja, da waren es 14 Interessenten, 5 Partner und so weiter und so fort. Gehen wir mal über auf das Backoffice ganz kurz, ja. Also hier oben, die Home-Seite, können wir uns mal ganz kurz durchlesen dann, was wir insgesamt dort befinden. Das ist der erste, mal ganz kurz vor. Am 19.05. startete das Unternehmen. Ich persönlich am 22.05. Und bis zum 30.06. läuft diese Pre-Lunch-Phase. Ab 1.07. können wir die Produkte erwerben. Und der offizielle Start der Markteinführung ist am 12.09. mit einer Großveranstaltung hier in Berlin. Das Ganze wird in 24 Sprachen zugefügt werden und erweitert werden. Derzeit gibt es die Homepage in 15 Sprachen. Werbebanner in 15 Sprachen. Videountertitel in 15 Sprachen. Bestellsystem und Backoffice in 5 Sprachen. Wird auf 15 Sprachen kurzfristig weitergeführt. Okay, dann haben wir hier vorne die Möglichkeit mit Werbebannern, also wirklich super, super leicht und sehr, sehr viele verschiedene Optionen drin, ja, wo ich jetzt so einfach von hier aus, ich mache mal das kleine Beispiel einfach mal, ich klicke mal hier auf Facebook und dann wird es automatisch mein Konto und jetzt könnte ich hier den Link teilen und schon ist das Ganze auf Facebook dementsprechend drauf und wird Ihnen anhand dieser ID alles zugewiesen. Und das Ganze, wie gesagt, gibt es schon in mehreren Sprachen. Ich fühle es mal kurz vor, dann kann man es auch hier sehen, Ungarisch ist immer ein bisschen eine andere Sprache, sieht man gleich, ja, tatsächlich, hier sehen Sie alles auch in der Sprache. Hier oben haben wir dann den Eventkalender und da kann ich Ihnen jetzt schon mitteilen, ab 29.05. geht es los. Man kann sagen, fast Tag für Tag oder Woche für Woche wird Roman Leithäuser sowohl in Englisch als auch in deutscher Sprache Webinare uns zukommen lassen. Sie sehen, das Ganze ist schon aufgeführt, ich glaube, bis Mitte Juni mit Workshops, Produkte, Vergütungsplanerklärung und vieles, vieles mehr. Ich muss gucken, weil ich habe nur 10 Minuten zur Verfügung. Eventkalette, Kontaktliste haben wir hier, blende ich nochmal ganz kurz ein. Hier sehen Sie das Ganze, wo es angezeigt wird, alles was grün ist, sind dann die Partner. Ich will es nur nicht länger stehen lassen, wegen dem Datenschutz sozusagen. Hier finden wir die Videos, zurzeit, wie gesagt, das 6-Minuten-Video aktuell. Weil dann, ganz wichtig, das möchte ich aber jetzt nicht so intensiv darauf eingehen, hier die gesamten professionellen Dokumente, wo Sie dann alles sich mal durchlesen sollten. Erste Schritte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte insgesamt. Ich mache es mal kurz beiseite. Dann haben wir FAQ-Fragen, werden wir beantworten. NHC-Kodex, die History und die Vision vom Roman Leithäuser, das ich persönlich kenne schon sehr lange. Und das ist wirklich sein eigenes Baby, er hat niemanden über sich. Und ich glaube, weil ich finde, dass er wirklich was auf dem Kasten hat, als alter Fernsehradio-Moderator und vieles, vieles mehr, was er schon hat, könnt ihr alles dort nachlesen. Dann hier die Produktinformation, da gehe ich kurz drauf, weil es sind hier drei Produkte zu sehen. Dann Fun Booster Woman, dann für einen Mann, dann der Energy Booster, das war schon der Grund, warum ich hier auch drauf eingestiegen bin, weil Thema Sex ist natürlich, ja, ein bisschen privatese Sache, sehe ich auch genauso. Und es gibt ein viertes Produkt noch, nämlich die Happy Caps. Ja, was das alles ist, was sich da drin befindet, wird in den kommenden Webinaren vom Roman uns dann alles mitgeteilt werden. So, auch der Vergütungsplan wird erklärt. Ganz große Klasse sind hier fix und fertige Textvorlagen, die Sie einfach nur kopieren brauchen und Ihren Link dementsprechend reinsetzen. So, allgemeine Geschäftsbedingungen und das war es dann hier gewesen. Und hier haben wir dann ganz rechts, muss ich mal gucken, da kann man dann seine Daten insgesamt nochmal einsehen, ändern und so weiter und so fort. Ja, also, alles wirklich sehr, sehr leicht, alles überschaubar und nun einfach eine gute Entscheidung, wenn du Fragen hast, auf der rechten Seite siehst du all meine Daten. In dem Sinne, die herzlichsten Grüße aus Berlin, euer Andi.